Ja, Servus Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Video wieder auf den Hive-Server. Wir spielen One in the Chamber, mein Lieblingsspiel auf den Hive. Und ja, diesmal spielen wir ein bisschen Leiner-Musik im Hintergrund von KST-Bits. Ich freue mich eigentlich wieder hier auf den Hive zu spielen. Und ja, schön hier. Wir spielen da alles mit. Es ist ein paar coolen Spieler hier auch drauf. So, oben sieht man ja ganz schön. Flemming, PvP, DevMiner17, Just... Wie auch immer, keine Ahnung. LSU, Peter, GameCube87, ja, das bin ich. Und man merkt, ich bin ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein bisschen erklärtet, sagen wir mal so, also leicht erklärtet. Also ich fühle mich so leicht erklärt, aber eben wirklich... Nein. Also ich fühle mich ein bisschen erklärtet, aber ich bin nicht erklärtet. Meine Nase läuft sehr, weiß nicht, wie so ein Wasserfall runter. Ich habe Wasserfall gesagt. Und ja, also das Spiel ist so, man hat einen Bogen, mit dem man One-Shotten und mit einem Schwert, glaube ich, hat man... Doi, ach, schsch... Jetzt bin ich rausgekickt. Toll. Ich bin so schnell ein Neu-Arena hier. Dann hat man halt so ein Schwert, wo man halt... Huch, da... Wo man umbringen kann, aber halt ein bisschen länger. Oder was ist ein Holzschwert? Egal, ich muss noch mal gucken. Auf jeden Fall hat man einen Bogen. Wenigsten kann man andere Spieler One-Shotten. Also One-Shotten, ähm... Wissen ja, alle. Alle Player wissen das eigentlich. Von daher, keine Erklärung. Und... One-The-Air. La-la-la-la. Entschuldige nochmal, da waren zu viel Huste. Aber es muss einfach mal so jetzt, ne? Sein, weil ich eines nicht grad kann und es einhalten kann ich nicht. Und... Man merkt, glaub ich, schon, ich... Ich... Weiß nicht, meine Stimme ist bisschen weg. Nase zu. Alles Mögliche. Ungespielt. Achso, ungespielt. Skin. Wo? Ich bin noch nicht, glaub ich grad vorbeigelaufen. Äh... Vorhin vorbeigelaufen. Ah, da ist der ungespielt. Ungespielt. Warum heißt er da Monkey 0815? Ja, auch gut. Wer... Nehmt... Auf... Gerade... Ich... Schon. Einfach mal so Just for Fun jetzt mal in den Chat schreiben, ne? Was endet... Ah, ich bin auf der Portal Map. Okay. Ach. Es ist ja super. Auf der Portal Map, ich... Ein Loser. Portal... Oh, äh... Keins L, bitte. Ein großes P. Ach, du ne Tag ist... Oh. Genau. Du ne Tag, alles zu... Oh. Da habe ich schon jemand als kleines... Obfachchen. So, einen haben wir schon mal. Zwei haben wir schon mal. Fuck. Komm, den kriegen wir. Komm, den kriegen wir. Ah. Mist. Fuck. Entschuldigung. Ja, genau. Bitte nicht wieder. Nicht wieder. Okay. Super. Okay, wo bin ich? Genau, der gleiche schon wieder. Genau. Nein. Wie ich das hasse. Leute, das hasse ich übelst. Wenn man neben einem Gegner spawnen, der sich dauernd killt und der Punkte dafür bekommt. Wir haben wenigstens zwei Dings. Zwei Punkte. Schleisch. Hup. Ich geh mal in eine neue Arena. Oh. Äh. Genau. Ach da. Okay. Dann, 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 dann. Okay. Nach der Runde werde ich vielleicht mal aufhören, ähm... Aufzunehmen. Also. Ich wollte ein paar Runden mit... Mit euch ein bisschen aufnehmen und, äh, ja. Mal gucken, was denn wieder für coole Spieler dabei. Profat. Kiesel-Riesel. Shadow. Ach, die ganzen Shadow, Leute, ne? Shadow Master. Oh, hab ich gerade von Sonic. Ähm. Shadow Boy oder sowas. Hebenator. Nikolas2204. 224, bla, bla, bla. Sauerbraten-XXL. Äh. Ja. Es gibt Namen, die ich echt lustig finde. Sauerbraten. Sauerbraten-XXL. Das ist so komisch. Aber... Der soll... Ah, da ist der Sauerbraten-XXL. Wie könnte ich andere Spieler so nennen? Ich hab's vermutlich in den Kommentaren, wie ihr... Was für Namen ihr schon mal gesehen habt, oder... Skins oder sowas. Was für Rücktes. Oder hier auf dem Hype-Style war ich natürlich, und... Ähm. Ja, es ist eigentlich recht lustig. Was für Namen es gibt, oder was für ein Skin es gibt. Ja, es ist eigentlich recht lustig, finde ich. Ja, Candyland spielen wir. Geil. Schon wieder ein ungespielt-Skin. Ähm. Vom Motto Minecraft vor war's... Ich weiß nicht. Okay. Ich spür's, ich scrolle mir ne Nase ganz kurz. Ach, so. Da brauchst du gar nichts zu gucken. Oh, fuck. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Ja. Nächsten zwei bekommen. Ja, okay. Äh, ich hab die Runde und wird schön. Äh, gut. Nicht schön. Oder so. Ah, ich muss gucken. So, dann gehen wir mal... Schieße ich mal... Blein. Schade. Hab ich n... Schade. Richtig schade. Auf ihn. da bloggen und schlagt bloggen schlangen 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 ja ich habe noch bekommen sauber braten ex-messler leider erste bradwurst 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 magst du bradwurst ja ich mag bradwurst ich habe das ist geil richtig episch alter schwedersatz ja gut schön die runde wird sich bestimmt ganz geil alter habe ich nicht gesehen ich habe ihn nicht gesehen ich bin ja schon tot habt ihr ihn gesehen ich nicht ok hier oben bin ich gespawnen und auch gestorben toll ne sag ich mal toll und äh ja weiß nicht sauber bradwurst erster mit nee genau auch erster mit 8 kills und mutter mein kopf auch mit 8 kills schade es muss mir auch auch das gilt brot pro fahrt pro fahrt la 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 und ich hab aber ich hab wenigstens fünf kills gemacht ist ja schön ist ja schön aber er hat auch fünfmal gestorben also nur punkte für mich da ist pro fahrt huch das wollte ich gar nicht ähm wir müssen sauber braten oh ja nice ähm mach ich mal schlechhup äh nicht schlechhup schlechhup genau oh hallo dann geh ich mir mal zum spaw nochmal zurück und beenden wir mal die Aufnahme boah die sahen man merkt schon nein so dann wenden wir mal hier die Aufnahme und dann sag ich mal tschüsselöö bis zum nächsten mal wenn ihr mehr davon sehen wollt schreibt mal unten in die Kommentare oder gibt mir eine Bewertung ab ich rede wieder zu schnell aber egal ich glaub nächstes mal kommt nochmal Survival Games wie auch die Fliege da ja oh Gott diese Nase wie auch diese Fliege da oben hingekommen ist ähm die Hero-Bahn habe ich noch nie richtig angezockt oder so und nie richtig aber mal gucken ob ich das irgendwann spielen werde ja ne Bewertung abgeben Kommentar wer wollt sowie mich nicht jetzt wie häufig pass' kein sol kennt ok ja da paar st расch Ich freue dich aber, tschöööö.